Hallo, grüß euch! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht's für immer unschwerer Kennenco ums Thema Kochen und Backen. Der energieeffizienteste Herd in der Küche ist der Induktionsherd. Mit dem kann man bis zu 10% Energie sparen. Beim Backen immer Umluft oder Heißluft verwenden. Damit kann man bis zu 40% an Energie sparen. Und wichtig, nutzt die Wärme und den Platz im Ofen und schiebt so viele Bleche wie möglich hinein. Mehr Tipps rund ums Thema Kochen und Backen findet ihr auf unserer Webseite. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, über ein Abo und mehr coole Tipps findet ihr da oben.